Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Krebs erfordert heute eine reife Herangehensweise, um mit den Herausforderungen und Unsicherheiten des Lebens umzugehen. Es ist wichtig zu erkennen, dass nicht alles auf äußere Faktoren oder andere Menschen zurückgeführt werden kann. Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen und zu verstehen, dass das Leben nicht immer nach deinen Wünschen verläuft, sind wichtige Schritte für dein persönliches Wachstum. Es kann sein, dass du eine düstere Stimmung erlebst, die sich überwältigend anfühlt, aber wenn du dich konzentrierst und diszipliniert verhältst, wirst du diese Situation meistern. In den letzten Monaten war viel los, und es scheint, als würde eine stabilere Phase eintreten. Deine Bemühungen haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, dieses Gefühl der Ordnung zu schaffen. Eine konsequente Ernährung, regelmäßige Bewegung und ausreichend Ruhe sind die Schlüsselelemente, um diese Stabilität zu erhalten. Außerdem ist es für dein allgemeines Wohlbefinden wichtig, auf deine Leber zu achten, das Organ, das dein Blut reguliert und dir signaliert, wenn du deine Grenzen überschritten hast. Wenn du deine aktuellen Pläne bewertest, versuche, deinen Fokus von den negativen Aspekten auf die möglichen Vorteile und Belohnungen zu lenken. Wenn du dich zu sehr mit den Fallstrecken beschäftigst, kann das deinen Fortschritt behindern und dich davon abhalten. Aktiv zu werden Optimismus und eine vorausschauende Haltung können dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Im Bereich Liebe und Romantik sorgt die heutige astrale Ausrichtung für einen optimistischen und etwas surrealen Ausblick. Du hast das Gefühl, dass alles möglich ist und bist sehr zuversichtlich, was deine romantischen Unternehmungen angeht. Achte aber darauf, dass du deine Erwartungen nicht zu hoch schraubst oder dich unrealistisch siehst. Erinnere dich daran, dass du ein Mensch bist, mit all den Komplexitäten und Schwächen, die das mit sich bringt. Diese geerdete Perspektive wird dir helfen, deine romantischen Interaktionen realistischer und einfühlsamer zu gestalten. Als jemand, der sich in der mystischen Zeit der Rauhnächte befindet, stehst du an der Schwelle zu bedeutenden Veränderungen und tiefgreifender Selbsterkenntnis. Diese Nächte, die traditionell als Brücke zwischen der alten und der neuen Welt gelten, bieten dir eine einzigartige Gelegenheit, die Sorgen der Vergangenheit loszulassen und mit frischem Blick auf das kommende Jahr zu blicken. In dieser Zeit, in der die Schleier zwischen der physischen und der spirituellen Welt dünner sind, solltest du besonders auf deine Intuition hören. Es ist eine Zeit, in der die Träume lebendiger und die Botschaften des Unterbewusstseins klarer sein können. Nutze die Rauhnächte, um Rituale des Loslassens und der Erneuerung zu praktizieren. Vielleicht möchtest du ein Räucherritual durchführen, um dein Zuhause von negativen Energien zu reinigen, oder dir Zeit für meditative Übungen nehmen, um deine Gedanken und Wünsche für das neue Jahr zu ordnen. Dies ist eine Zeit der Transformation und Erneuerung, die dich dazu ermutigt, über deine innere Weisheit und deine tiefsten Wünsche nachzudenken. Lass dich von der Magie der Rauhnächte leiten und inspirieren, um das kommende Jahr mit Klarheit, Hoffnung und Positivität zu beginnen. Der Krebsmond schafft heute ein ideales Umfeld, um deine Kreativität zu Hause zum Ausdruck zu bringen. Da der rückläufige Merkur mit dem Mars in Schütze interagiert, wird deine Neigung zu künstlerischem Ausdruck verstärkt. Beschäftige dich mit Aktivitäten, die es dir ermöglichen, deine Emotionen auf kreative Weise zu kanalisieren, denn das kann ein zutiefst therapeutischer und befriedigender Prozess sein. Um den Tag abzuschließen, solltest du dir zu Hause entspannende Aktivitäten gönnen. Egal ob du ein heißes Bad nimmst, ein fesselndes Buch liest oder es dir einfach nur gemütlich machst, lass die Seele baumeln und genieße die Ruhe in deinem persönlichen Raum. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für den Krebs heute darum geht, Verantwortung zu übernehmen, einen ausgewogenen Lebensstil zu pflegen, sich auf die positiven Aspekte deiner Pläne zu konzentrieren, die Liebe mit einer realistischen Perspektive anzugehen und Kreativität und Entspannung zu genießen. Wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, kannst du den Tag mit Reife, Optimismus und einem Gefühl der persönlichen Erfüllung meistern. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der Na steht für Neuanfänge, Spontanität und einen Vertrauensvorschuss. Er steht für Abenteuerlust und das Eingehen von Risiken mit einer neuen Perspektive. Heute zeigt der Na, dass du am Anfang einer neuen Reise oder Phase in deinem Leben stehst. Es ist an der Zeit, Chancen zu ergreifen und mit Optimismus und Aufregung ins Unbekannte zu gehen. Die Acht der Kelche ist eine Karte, mit der du die Vergangenheit hinter dir lässt, nach tieferer Erfüllung suchst und dich auf eine spirituelle oder emotionale Suche begibst. Sie symbolisiert oft eine Reise der Selbstentdeckung und die Bereitschaft, loszulassen, was dir nicht mehr dient. Heute zeigt die Acht der Kelche an, dass du dich von etwas trennst, das dich nicht mehr erfüllt. Das kann ein schwieriger, aber notwendiger Schritt in Richtung persönliches Wachstum sein. Die Zwei der Kelche steht für Einigkeit, Liebe und eine tiefe emotionale Verbindung zwischen zwei Menschen. Sie steht oft für den Beginn einer liebevollen und harmonischen Beziehung. Für den heutigen Tag deutet die Zwei der Kelche auf das Potenzial für eine bedeutungsvolle Verbindung oder die Vertiefung einer bestehenden Beziehung hin. Es ist eine Karte der Harmonie und der emotionalen Bindung. In ihrer Beziehung zueinander erzählen diese Karten eine Geschichte über Neuanfänge, das Loslassen der Vergangenheit und das Potenzial für tiefe emotionale Verbindungen. Der Na steht für den Beginn einer neuen Reise. Die Acht der Kelche steht für die Bereitschaft, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und nach tieferer Erfüllung zu suchen. Die Zwei der Kelche steht für das Potenzial für bedeutungsvolle emotionale Beziehungen auf diesen neuen Weg. Lass dich heute von der Abenteuerlust und der Aufbruchsstimmung des Narren anstecken. Sei offen dafür, loszulassen, was dir nicht mehr dient, wie es die Acht der Kelche vorschlägt. Dadurch schaffst du Raum für tiefe emotionale Verbindungen und harmonische Beziehungen, die durch die Zwei der Kelche symbolisiert werden. Es ist ein Tag des Wachstums, der Selbstentdeckung und der Möglichkeit, bedeutungsvolle Bindungen einzugehen oder zu stärken. Das ist ein Tag des Wachstums, der Selbstentdeckung und der Abenteuerlust und der Abenteuerlust und der Abenteuerlust und der Abenteuerlust. Das ist ein Tag des Wachstums, der Abenteuerlust und der Abenteuerlust und der Abenteuerlust.